Ja, es ist wieder soweit. Ich werde wieder ein bisschen was über die Webseite sagen, weil es hat sich in der letzten Zeit mal wieder ein bisschen was getan. Wir haben ein paar Berichte endlich mal nach 19 Monaten hochgeladen und das ist einmal das Kreta Barcamp 2021. Da seid ihr dieses Jahr auch recht herzlich eingeladen und kommt auch, wenn ihr es hier seht. Kommt zum Festival, zum Kreta Barcamp. Das gesamte Team wird sich einfach freuen und neue Gesichter irgendwie zu sehen zu können. Egal ob ihr von fern oder nah an reist, es wird eine schöne Sache werden. Es gibt acht für das 9-Euro-Ticket. Ihr könnt einfach mit den Regionalziele fahren. Ist super easy, einfach. Ihr braucht nur ein bisschen Zeit an Plan und dann geht das alles. Und ich habe euch frühzeitig schon vorgewarnt und das schon paar Monate vorher. Ich wusste auch schon seit Januar, Februar ungefähr wann der Termin ja ist. Darum hoffe ich mal, ich komme, Leute. Ja, und viele andere Berichte wie Gamescom, wie Lab, äh, ja andere Berichte sind auch einfach online. Von 2022, ähm, ein paar Berichte kommen jetzt noch online, ähm, wie zum Beispiel Lange nach der Wissenschaft, die muss ich noch vorher schreiben. Das Problem ist, ich habe da fast ein bisschen Zeitnot zum aktuellen Zeitpunkt, weil es müssen aktuell viele Sachen umgesetzt werden, verarbeitet werden. Ich komme teilweise mit meinen Videos, da nicht mehr so hinterher, wie ich eigentlich gedacht hätte, ähm, und deswegen wird viele Sachen auch nochmal, ähm, ja schnell aufgenommen. Ich habe dann mal ein bisschen Zeit, Wochenende, ähm, aber, ja, irgendwann, äh, äh, häuft sich einfach alles nur an. Tweller hier und Tweller da, Berichte da, ähm, teilweise ist das Team, was mir eigentlich helfen sollte. Nicht so ganz, wo ich die Hilfe, Hilfe bekomme, ähm, das ist ein bisschen schade, ähm, dann, ja, echt sind ein paar Sachen zu organisieren, ähm, Tierheimprojekt, ähm, ja, aber ich möchte euch nicht einfach darauf nerven, Sondern, sondern, ey, ich komme die Sachen, manche Sachen ein bisschen überspätet, dann tut mir auch leid. Ähm, wenn ihr, ey, alles hinbekommt, vielleicht seid ihr dann, äh, vielleicht zehn Leute, die dann auch aktiv alles was machen. Ich, wir sind fünf Leute, davon macht aktuell, sag ich mal so, eine Person bis zwei Personen und was mehr eigentlich auch nicht. Ähm, ja, die Startseite, äh, bin ich gerade dabei, die zu ändern, ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt schon verändert wurde, oder ob ich die erst noch, ob die jetzt im nächsten Video geändert ist, weil zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist die noch nicht geändert, aber ich bin laufe dabei, die zu ändern, ähm, dauert aber auch wieder ein bisschen Zeit und, ja. Ähm, mehr hab ich eigentlich auch nicht, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen, ähm, zur Webseite habt, dann schreib ich mir in die Kommentare und, dann hoffe ich mal, ihr habt paar Informationen noch dazu gefunden, kommt zum Kräterbarcamp und, damit sag ich einfach noch, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Tag, macht gut, bye, bye, ciao. ok so 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 so